Licht ins Dunkel von Mrs. Letoha. Licht ins Dunkel von Mr. N. Van Dye. Beide Menschenrechtler inhaftiert in Hanoi, Vietnam. Man braucht sehr schnelle Füße wie ein Hase, um retten zu können, wenn man darf. Öfters mal anders aufsagen. Licht ins Dunkel der beiden Menschenrechtler, die sich keinem Vergehen schuldig gemacht haben, nur der politischen Auffassung in Vietnam. Und wenn man sich für Menschenrechtler global nicht lokal einsetzt, dann sollte man immer die Möglichkeit haben, pro Mensch etwas tun zu dürfen, ohne dass man Repressalien zu erwarten hat. Und umdenken lohnt sich. Der Deutsche Richterbund unterstützt die unmittelbare Freilassung seit 2017. Inhaftiert seit 2015 sind die beiden Menschenrechtler. Wie kann und darf das im Zeitalter 2015, 2016, 2017, 2018 sein? Wer eine Idee hat, dieses Projekt zu unterstützen, bitte tun Sie das unter gala.com.tv mit einer Info. Aber Gelder nehme ich nicht entgegen, ich betone nicht entgegen, sondern dafür gibt es in Bad Nauheim eine Organisation, die gegründet worden ist auf deutschem Boden, um die Interessen dann zu unterstützen in der Heimatstadt in Hanoi von Herrn Engin van Dij und Mrs. Leto Haar. Jeder Cent zählt. Sie können auch zum Beispiel Pfandrückgaben von Flaschen auch spenden. Ich werde demnächst so ein Pilotprojekt mal als Video zeigen, was man mit Pfand alles machen kann. Auch leere Flaschen können retten unter diesem Motto. Machen Sie es einfach, vielleicht ein bisschen so wie ich. Und man braucht schnelle Gedanken, wie dieser schnelle Hase hier. Vielen Dank an Douglas für diesen Hasen. Im Sinne, mehr Zivilcourage. Zivilcourage geht alle an, jeder kann der Nächste sein. Wer wegschaut, wer weghört, ist Täter. Uli Hoeneß, FC Bayern Präsident. Dominik Brunner Foundation. Ja, die Münchner Courage ist somit ins Leben gerufen worden. Und ich bin der Meinung, es muss nicht immer so weit erst mal kommen, dass man dann eine Stiftung braucht, um Aufmerksamkeit gegen Gewalt erreichen zu dürfen. In diesem Sinne, galakom.tv, Planet Courage Worldwide.